Traurige Worte von Rebecca Mir. Der TAF-Moderatorin steht nun eine bittere Trennung bevor. So emotional ist der Abschied wirklich für sie. 2011 gelang Rebecca Mir, 32, bei Germany's Next Topmodel der Karriere start im deutschen TV. Heute ist sie nicht mehr nur als Model erfolgreich, sondern konnte sich bereits den ein oder anderen Moderationsjob sichern. Seit 2012 ist sie fester Bestandteil der ProSieben-Sendung TAF und mit dem Team der Show eng zusammengewachsen. Umso trauriger nun der Abschied von Kollege Thore Schölamann, 40, der die Sendung verlässt. Rebecca findet emotionale Worte. Rebecca Mir, trauriger Abschied von TAF-Kollege Thore Schölamann Ich tausche die Scheinwerfer gegen wertvolle Momente mit meiner Familie, und das fühlt sich absolut richtig an, verkündete Thore Schölamann zuletzt und damit auch sein TAF aus. Nun stand er zum letzten Mal vor der Kamera und das mit einer ganz bestimmten Kollegin, Rebecca Mir. Die beiden kennen sich von Anfang an, denn genau wie die einstige GNTM-Kandidatin hatte Thore seinen TAF-Moderationsstart im Jahr 2012. Wie eng die beiden miteinander waren, wurde jetzt auf Instagram klar, denn der Abschied von ihrem langjährigen Kollegen scheint bei Rebecca regelrecht Trennungsschatz auszulösen. In der TAF-Club wie Ulfam, betont Rebecca mit einem Instagram-Post. Somit macht sie klar, das TAF-Team ist wie eine große Familie. Zu dem lustigen Lip-Sync-Video findet sie umso emotionalere Worte. Vor zwölf Jahren haben wir beide bei TAF angefangen und diese Woche hatten wir unsere letzte gemeinsame Sendung. Du bist ein toller Kollege, Thore, wir werden dich vermissen. Bei so viel Liebe seiner Kollegen wird Thore Schölamann der Abschied gewiss auch nicht leicht fallen. Eins ist jedoch klar, falls er sich noch einmal dazu entscheiden sollte, zu TAF zurückzukehren, wird er sicherlich wieder mit offenen Armen empfangen. Nun steht für den Moderator jedoch erstmal verdiente Zeit mit der Familie auf dem Programm. devam von 2000 2000 2000 34 35 36 37 38 38